ich will ihn wieder raushaben das nicht mehr wie im ersten teil ach entfernen ist f doch es geht kombinieren drei blaue gesundheit pro treffer na dann wir brauchen vier ich glaube es war im ersten teil aber auch mit 4 kleiner gelber stein bonusresistenzen erfahrung pro monster ja das will ich und der rote macht krit schaden und der weiße stein obwohl er schwarz aussieht macht gesundheit bei gefährten dann erst mal in den klopfen äh falsche waffe moment den da weil nicht falsche waffe irgendwie bin ich da gerade egal so und drei krit und drei erfahrung kann ich jetzt auf den dritten oder meinen grünen draufsetzen den ich nicht mehr habe waren wir mal in blauen rein oder na dann so jetzt aber tatsächlich das was ich die ganze zeit wollte seit plus 20 minuten welten herz und karakis es verzögert sich alles meine damen und herren wir entschuldigen uns das nachfolgende programm verzögert sich um ca 20 minuten noch mal gucken oh der kollege ist respawn oder was schlechte befestigung hier konnte damals sicher fast jeder einfach durchspazieren so so oh warum hast du jetzt den wegen der knarre oder so geht doch ganz gut bis jetzt wollte ich denn jetzt ich wollte mal nach den schottkern hatte ich doch dafür ja die hatte ich auch dafür ok das wollte ich wissen das wollte ich wissen so ach du scheiße stimmt ja da war noch was moment wohl was macht der bogen mehr damage ich weiß es gerade nicht hey ja so Bully geht drauf mal sehen du darfst gerne noch Bully Bully ok aha ok es geht zwar immer noch was durch aber hm oh die shotgun ist sehr effektiv ich glaube mal das Vieh verreckt an bord ey oh nein tut es nicht wo ist es oh jetzt ist es gekrepiert wo ist er denn hin ja ist es oder meint es nicht oh Gott ach ich glaube ich wollte Heilsränke machen fällt mir gerade wieder ein ich mag die shotgun so wo ist der wo ist der Lurch hier der Jumpefrosch der ist unter der Erde verreckt oder was ich glaube der ist beim Einbuddeln oder so verstorben und ich sehe hier keinen Loot auf der Karte normalerweise so ein X zu sehen ähm ich wollte Tränke machen kaufen Egal so diese Brat waren echt ok ich weiß aber im letzten mal sind wir vor den Viechern geflitzt da hatten wir Nasty glaube ich im Schlepptau also mit Bulli und mit der Stroblinde wesentlich besser die respawn wahrscheinlich ne die hat nur glaube ich aufgeräumt das sind andere oh nein jetzt habe ich aus Versehen Tränke saufen ja toll ihr schon keine Heiltränke und trinkt die noch hm naja wie viel Heiltränke habe ich dann noch ach toll naja muss reichen für den Andrang nochmal gehe ich jetzt nicht in die Festung das machen wir nachdem wir das da oben ich würde sagen wir holen den Teleporter und dann schauen wir mal ob wir hier ok ähm ob wir da dann mal Tränke holen würde ich sagen sinnvollerweise da ist noch so ein Sturmwaran da oben wollte ich eigentlich hin oh die liegt hier noch rum Schwefel war hier ne Krier am Werk oder was bei dem Ladebildschirm habe ich das Ding hier gesehen ja ja immer immer hier war irgendwo ein Teleporter auf der da hinten ja ja das war nämlich im Ladebildschirm zu sehen dass hier ein Teleporter ist bin mir ziemlich sicher den haben wir noch nicht ja guck mal einer schau so speichern noch mal Sebastian oh Gottes Willen ey so obwohl er chemietisch ist das weiß ich ach Mist sagt er und rannt in die falsche Richtung Entschuldigung so da fehlt mir die rote Blühe ich dachte jetzt mich doch verarschen ähm der Händler hier der eine hatte rote Blüten ne der Schmied hier unten warum auch immer der hatte rote Blüten glaube ich ich will etwas kaufen sicher doch ja wusste ich es doch hm ich drücke immer in die falsche Tasse ich bin da so rechtsklick geschädigt ne ähm 168 ja hast du noch Rezepte die sinnvoll sind haben wir schon kleiner Heiltrank was kostet das Rezept ja nimm auch mal mit Mannertrank das haben wir mittlere das haben wir was hat er denn für Elex ja gib mal her kann ich du hattest doch die Bratpfannen ne 40 50 der ist mir zu teuer ähm kann ich dir noch etwas andrehen wartet mal den können wir nicht benutzen die Alpschwerter die würde ich nicht nochmal aufwerten weil das kostet Elex dann kann er die eigentlich auch haben die Streitachs ist schlechter war die zweihändig ne die kann er eigentlich auch haben so das Ding kann er eigentlich ich auch haben die würde ich nochmal aufwerten wollen du du Schlachtkeule ja lass mal aufheben Langschwert auch vorerst das Ding werde ich nie benutzen beziehungsweise auf benutzen paar aufwerten nicht ne ja lass mal aufheben das ist noch nicht raus aber das hier kann weg das auch dauert jetzt einen Moment sorry so die Audit Loks behalten wir die Geldkassetten können weg das Klopapier das kann auch weg die Becher dürfen weg Thermosflasche darfst du auch haben Ritualmesser das kann auch weg die die Uhr die Uhr das Pol von Rabak keine Ahnung wo man das mal braucht das ist alles Rohstoff wer weiß ob man das zum Craften braucht ich bezweifle das zwar aber Klopapier ist eigentlich auch Rohstoff ne aber eigentlich ich hätte mal googlen sollen ob man das braucht oder nicht oh wir haben noch Sachen die wir auch machen können Trophäen können definitiv weg weil das ist Kohle das ist auch Kohle Servo Motor Servo Motor on hast du da neue Blüten ne und jetzt bei Elix 1 hat nämlich das gleiche Zeug ne bei Elix 1 hat nämlich das gleiche Zeug ne bei Elix 1 hat nämlich das gleiche Zeug sofern du dir nochmal angequatscht hast sind sie geändert schade ähm Interessant also die Becher hätte ich noch verscheuern können naja und beim nächsten Mal so dann ab an den Alchemie Tisch oder Chemie Tisch oder was auch immer an den Labortisch war es glaube ich ne hm merkwürdig Elf Stück ach Wein brauchten wir auch dafür hm achso 1 und 5 Blüten na geil Wasser und rote Blüten ach du Scheiße ok großartigst großartigst ähm achso wartet mal da 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 ich hab doch noch lebende Dinge hier Bulli lebt das ist sowas Neues nochmal ein paar Pflanzen sehen damit wir mal die roten Pflanzen aussammeln können so Deltara ein versorgen ein versorgenes Huhn noch ein Huhn ok so ich speichere nochmal jetzt schauen wir mal oh man beziehungsweise vielleicht besser so 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 sollte der Name vielleicht nochmal auf Objektsicht gehen weil hier sind keine Pflanzen drin Brille Roboter Drohnen nicht Gefahren in meiner Umgebung Gegenstände besser sehen aber nicht auf das Radar guck ne ha ha macht mir schon so ein bisschen Sorge wo wir die einzelnen pullen können mein gott wieso ich wieso 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 AUSCH! Oh shit! Lass mal 3 Meter rausgehen hier! Au! 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 Alter, die sind immer noch gut Damage, ne? Au! Vielleicht bin ich Essig! Heya, Bulli, mach mal was für dein Geld!